Ich bin schuldig. Ich habe gemordet. Ich habe zugedrückt. Ich habe ein Messer geholt und den Kopf abgeschnitten. Einfach so. Dann nahm ich einen Löffel und holte das Innere heraus. Verklagt mich. Und zwar habe ich endlich bin ich es los. Anti-Aging-Vitamin-Lotion. Ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht. Ich zeige es euch mal ganz. Ich finde sie wie gesagt eigentlich gar nicht so schlecht. Nur für mich hat sie gar keinen Nutzen. Weil ist eine straffende Pflege. Mein Vogel ist auch schon wach. Guten Morgen. Ist eine straffende Pflege. Und die macht für mich aufgrund meines Gewichts eigentlich weniger Singen. Ich habe auch keine straffende Wirkung festgestellt. Dementsprechend bin ich froh, dass ich sie los bin. und freue mich sie wegwerfen zu können. Ja, warum habe ich ihr den Kopf abgeschnitten? Wisst ihr, in so einer Tube ist immer noch ganz schön viel drin. Da kann man drücken und drücken, wie man will und es kommt nicht mehr anständig was raus. Und wenn, dann spritzt das immer alles und ist doch scheiße. Also nahm ich ein gutes Messer. Ich habe das Miracle Blade ich glaube drei. Da habe ich eins davon genommen, weil das schneidet ja alles. Sogar gefrorene Konservendosen. Gut, wann schneidet man mal eine Konservendose? Ist egal. Auf jeden Fall habe ich einfach mal ganz locker leicht durchgetrennt. Lässt sich super durchtrennen. Dann habe ich wirklich den Löffel genommen und das Innere rausgeholt und einfach in ein Döschen umgefühlt. Und jetzt guckt mal, obwohl es schon, wie gesagt, kaum noch was rauskam, wie viel da noch drin ist an Lotion. Jetzt muss ich die natürlich noch aufbrauchen. Ich habe zwar einen Flaschenmord begangen, aber noch keinen Lotionmord. Den Lotionmord begehe ich dann in den nächsten paar Tagen. Ja, die Flasche ist weg. Ich habe noch viel raus. Kleiner Tipp für euch. Macht die Tuben auf. Schlockt mir, da ist noch eine verdammte Menge drin. Das ist ein echter Spartipp, wirklich. Ja, das war's. Tschüssi! 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 Vielen Dank.